Wir sind eine urologisch-andrologische Praxis. Seit 15 Jahren machen wir eigentlich nichts anderes, um uns über Ihre Sexualität Gedanken zu machen. Und wir fassen heute mal zusammen, was unsere besten Tipps sind, unsere besten fünf Tipps für einen besseren Sex. Hallo, Dr. Oliver Greller aus Köln. Ich bin Androloge und Urologe in der Urologie am Köln. Ich gebe Ihnen heute eine Zusammenfassung aus 15 Jahren aus meiner Praxis in Bezug auf Sexualität. Ich werde Ihnen in diesem Video ein paar Sachen generell über die Möglichkeiten einer verbesserten Erektion, über die Verbesserung einer Ejakulation, über die Lust und Libido generell, so ein paar psychische Hintergründe, was man sich durch den Kopf gehen lassen könnte und die Möglichkeiten der Vasektomie, also der männlichen Verhütungs-OP, was die Sexualität und die Empfindungsverhütung deutlich entspannen kann. Ganz wichtig für die vernünftige Sexualität ist natürlich die Erektionsfähigkeit. Wenn die Erektion nicht funktioniert, man kann auch Sex ohne Erektion haben, aber mit Erektion müssen Sie selber deutlich besser. Ganz klar, was kurzfristig effektiv wirkt, was mittlerweile preiswert ist, was in Tausenden von Studien wirklich sicher ist, wenn Sie keine anderen Erkrankungen haben, gerade in Bezug auf das Herz, sind PDE5-Hämmer. Viaga, Levitra, Cialis, Avonafil als Pedra, das sind die vier Medikamente, die mittlerweile fast alle vom Patent befreit sind. Die sind preiswert, die wirken gut, die machen eine gute Erektion, die machen eine gute Lebensqualität und die kann man auch in älteren Jahren, wenn ein organisches Problem ist, sowieso längerfristig anwenden. Dafür sind Sie da, dafür sind Sie gedacht, dafür sind Sie auch untersucht in Studien. Sie können es aber auch in jungen Jahren, kann man das auch gut anwenden. Also junge Patienten, die eher eine psychosomatische Komponente haben, wo es halt mal gerade nicht gut läuft oder stressberuflich, wie auch immer, das sind Sachen, die Sie auch bei jungen Patienten kurzfristig gut anwenden können, um mal diesen Circulus Viciosus zu durchbrechen. Wenn Sie mal keine guten Erektionen haben in der Phase und Sie wollen und müssen gute Erektionen haben, dann klappt es erst recht nicht. Und diesen Stress, also diesen psychischen Druck, den können Sie sich durch eine kurzfristige Medikation, durch PD-5-Himmer ganz gut nehmen lassen. Und wenn Sie es kurzfristig anwenden und das schnell wieder absetzen, in einer abschließenden Dosis, also hochdosiert anfangen, die Dosis zügig fallen lassen, kann das sehr kurzfristig, sehr gut, sehr effizient sein. Weiterhin, um die Erektion zu verbessern, wenn es nicht medikamentös sein soll, es gibt eine orthomolekulare Therapie, Arginin und Citrullin. Das sind Aminosäuren, die ihre Durchblutung verbessern. Die gibt es frei verkäuflich im Internet. Wenn man das hochdosiert, also in einer vernünftigen Dosis nimmt, können Sie auch über diese orthomolekulare Therapie, Arginin oder Citrullin, die Erektionsfähigkeit verbessern. Gibt es in Online-Apotheken, ohne Rezept zu kaufen. Das ist für das Herz gesund, wenn Sie das in einer vernünftigen Dosierung anwenden. Wenn Sie als junger Mann oder auch in den älteren Jahren eine Erektion bekommen, also dass der Schwellkörper an sich funktioniert, aber die Erektion geht schnell wieder weg, dann kann es sein, dass Sie ein Problem mit Ihrer Beckenbodenmuskulatur haben oder dass Sie über eine Stärkung der Beckenbodenmuskulatur die Erektionslänge verbessern können. Das heißt, entweder gezieltes Beckenbodentraining, also Beckenbodenmuskulatur, finden Sie bei YouTube auch Tutorials, wo Sie Beckenbodentraining machen können. Oder aber, sehr gezielt, sehr effektiv, relativ neu, aber auch sexy, eine Elektrotherapie, um mit einer Elektrotherapie die Beckenbodenmuskulatur und genau die Muskeln, wo es darauf ankommt, dass man die stärkt. Es gibt ein paar Physiotherapeutische in Praxen in Köln, die das anbieten. Es gibt auch deutschlandweit ein paar wenige Praxen. Elektrotherapie zur Beckenbodenstärkung ist eine sehr gute Methode. Letztes Thema, um die Erektion, also die Durchblutung zu verbessern, also die Erektion, wenn Sie ein organisches Problem haben, Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck oder Sie sind vielleicht keine 25 mehr, sondern vielleicht 60, 70 oder so in der Richtung, Sie können die Durchblutung des Schwellkörpers verbessern durch eine gezielte Stoßwellentherapie. Da wird nichts zerschossen im Schwellkörper, sondern es wird durch einen Reiz, der in den Schwellkörper angelegt wird, das ist so ein leichtes Tackern, werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet und es wachsen neue Blutgefäße nach und nach. Das kann man auch medikamentös unterstützen. Und dieses vermehrte Blutgefäßwachstum verbessert Ihre Erektionen. Es gibt schöne Studien, die das toll nachgewiesen haben. Bieten wir bei uns an. Gute Methode. Nächster Punkt für eine erfüllte und schöne Sexualität ist die Ejakulation, also die Zeit bis zur Ejakulation. Es gibt für eine verfrühte Ejakulation, das definiert als unter zwei Minuten, ganz grob, wenn es um die Zeit geht, b, dass es nicht steuerbar ist, dass man also die Ejakulation überhaupt nicht hinauszögern kann und c, dass auch die Partnerin davon in irgendeiner Art und Weise belastet ist. Wenn das zusammenkommt, dann spricht es für eine Ejakulationsstörung. Es gibt zwei zugelassene Medikamente, wie man das gut behandeln kann. Das ist einmal ein Spray, womit die Reizbarkeit an der Eichel unterdrückt wird, dass man nicht so sensibel ist, es funktioniert mitunter ganz gut. Und es gibt eine Tablette, die man verschreiben kann. Die ist auch geprüft in einer großen Studie, da haben wir sogar hier in der Praxis mitgemacht. Ich habe da hunderte Patienten mit untersucht. Ist gut wirksam und diese Tablette kann die Ejakulationszeit für vier bis für fünffachen. Das heißt, wenn sie bei zwei Minuten liegen, landen sie dann bei zehn Minuten. Und der durchschnittliche Geschlechtsverkehr, wenn man davon sprechen kann, dauert irgendwas je nach Studie plus minus fünf Minuten. Also wenn sie sich bei zehn Minuten einpendeln, alles richtig gemacht. Des Weiteren gibt es Möglichkeiten, dass man für die Ejakulation eine Creme auf die Eichel aufträgt. Das ist auch eine lokal-anästhetische Salbe, die ihre Ejakulationszeit verlängern kann, weil es eben ein bisschen desensibilisiert wird. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt, weil damit können sie nämlich auch Operationen durchführen, was wir teilweise machen. Das heißt, wenn sie diese Creme sich besorgen, ganz vorsichtig aufnehmen, so ein halbes Reiskorn auftragen, hinterher wieder abwischen. Damit kann man das ein bisschen desensibilisieren, sodass der Reiz zur Ejakulation deutlich unterdrückt ist. Eine weitere Möglichkeit, um die Ejakulationszeit zu verlängern, sind Off-Label-Medikamente. Bis es wirklich zugelassene Medikamente gab, gab es eine Menge Möglichkeiten, im Bereich Prostatatherapie, Schmerzmedikamente, Psychopharmaka, die die Ejakulationszeit auch verlängern können. Die könnte man ihnen auch verschreiben, die sind allerdings nicht zugelassen. Und deswegen muss man ziemlich genau besprechen, ob die für sie in Frage kämen und wann die für sie in Frage kämen. Aber auch die können die Ejakulationzeit deutlich verlängern und damit auch ihren Sex und ihre Lebensqualität in der Partnerschaft verbessern. Also wir hatten Erektion, wir hatten die Ejakulation. Um Spaß beim Sex zu haben, sollten sie natürlich auch Lust auf Sex haben. Und es ist nicht ganz so selten, dass auch jüngere Patienten zu uns kommen, die sagen, das ist eigentlich eine tolle Beziehung und alles super, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr und die Lust schwindet und ich kann mich nicht richtig aufraffen. Was wir hier bei uns in der andrologischen Praxis machen können, ist natürlich, dass wir ihren Testosteron und ihren Hormonhaushalt messen. Das kann man ganz gut darstellen in den Blutwerten und kann auch ihre Lebensqualität sowohl im Bereich Sexualität, Lust, Körperlichkeit und Psyche, kann man ihren Testosteronhaushalt und ihre Lebensqualität in Bezug auf Testosteron messen. Mitunter korreliert das ganz gut, dass sie einen niedrigen Testosteronspiegel haben und eine ausgeprägte Symptomatik. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, das zu therapieren, wenn sie in den Situationen, wo es dann Sinn macht. Manchmal ist es so, dass es so in Richtung Lifestyle-Therapie geht, dass sie vielleicht niedrig normale Werte haben, aber trotzdem eine ausgeprägte Symptomatik. Dann gibt es Leitlinien für die Testosteron-Therapie, die da natürlich zurückhaltend sind, dass nicht jeder sofort Testosteron bekommen muss oder soll. Wenn sie aber Bedarf haben und wenn das sich in der Lebensqualität darstellt, kann man auch mal im Rahmen einer Lifestyle-Therapie Testosteron geben, um das so ein bisschen anzuschubsen, wenn das denn Sinn macht und wenn sie davon eine Verbesserung verspüren. Was auch manchmal schwierig ist, ist die Lust zum Sex im Rahmen eines Kinderwunsches. Das Problem ist häufig, wenn sich über eine längere Zeit der Kinderwunsch noch nicht eingestellt hat und man dann so ein bisschen nach Kalender Sex hat, das macht es auch nicht unbedingt für den Partner einfacher. Eine ganz wichtige Regelung oder ein wichtiger Hintergrund, den Sie im Kopf haben sollten, im Rahmen des Kinderwunsches haben Sie nach ungefähr zu 60 Prozent nach sechs Monaten eine Schwangerschaft. Sie haben nach 90 Prozent nach zwölf Monaten eine Schwangerschaft zu erwarten und Sie haben zu 95 Prozent nach 24 Monaten eine Schwangerschaft zu erwarten, wenn Sie regelmäßig Sex haben. Das heißt, Sie müssen also nicht so in den ersten paar Monaten gleich nach Kalender zusammenkommen. Das kann die Sache manchmal ein bisschen erschweren und das macht es dann auch nicht immer einfacher. Insofern ruhig mal ein bisschen verorten, wo man sich gerade befindet im Kinderwunsch und es muss nicht gleich im ersten Monat klappen und auch nicht gleich im ersten halben Jahr. Lassen Sie sich Zeit und machen Sie sich keinen Stress. Stress ist ein gutes Verhütungsmittel und Stress macht auch gerne mal Erektionsstörungen. Bezüglich Sex natürlich sind die Erektionen wichtig, die Ejakulationen sind wichtig, Ihr Hormonstatus ist wichtig, aber sie bestehen nicht nur aus den organischen und aus den hormonellen Parametern, Sie haben auch noch ein bisschen Psyche drumherum. Ja, und für Männer, egal in welchem Alter und das je jünger, desto häufiger treten psychosomatische Störungen oder psychosomatische Situationen auf, die eine Erektion so ein bisschen erschweren können, aber auch in den älteren Jahren, wenn Sie ein organisches Problem haben und es dann nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert, auch dann kommt natürlich immer eine psychosomatische Komponente dazu, dass man Sex haben möchte oder muss und dieser Stress verhindert dann eine gute Erektionsfähigkeit, weil Stress ist einfach durch das vegetative Nervensystem verhindert quasi Erektion. Was wichtig ist, generell bei der Thematik, Sie sind keine Erektionsmaschine. Das muss nicht immer super klappen und Sie haben keinen Knopf, wo man Sie anstellt und plötzlich haben Sie eine Mördererektion. Das kann auch mal gut sein, dass es nicht klappt und auch wenn Sie das medikamentös behandeln mit irgendeinem Präparat, kann es auch mal sein, dass es nicht gut funktioniert und machen Sie aus einer vielleicht schlechten Phase nicht gleich eine Diagnose. Das macht es nicht einfacher. Begucken Sie sich, wo Sie und Ihre Partnerin stehen, sprechen Sie mal darüber, wo sind Ihre Bedürfnisse, wo sind die Bedürfnisse Ihrer Partnerin, passt das zusammen, wo sind die Schnittmengen, wie groß ist die Schnittmenge. Das sind Sachen, die man vielleicht einfach auch im Gespräch mal erfassen kann und nicht aus jeder kleinen Erektionsstörung oder aus einer kleinen schlechten Phase sofort eine Diagnose machen. Das macht es nicht einfacher. Auf der anderen Seite, wenn so eine Phase länger anhält, kommen Sie gerne vorbei oder gehen Sie zu einem Andrologen, der Ihnen kurzfristig was Effektives verschreibt. Man muss das nicht sofort mit einer Gesprächstherapie wie beim Sexualtherapeuten angehen. Man kann das natürlich auch, das ist der Königsweg, das beim Sexualtherapeuten ansprechen, aber das dauert. Man muss einen Termin bekommen, es ist nicht ganz preiswert und man kann das manchmal kurz und effektiv auch mit einer medikamentösen Therapie anschubsen, dass der Karren wieder rollt und das reicht häufig aus. Der letzte Punkt, um eine entspannte und glückliche und gute Sexualität zu haben, manchmal macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob man, wenn es um Verhütung geht, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, macht es manchmal Sinn, über eine Basiktomie nachzudenken. Das ist die sicherste Form der Verhütung. Da haben Sie überhaupt keinen Stress mit dem Thema weiterer Nachwuchs oder Schwangerschaft. Sie ersparen Ihrer Partnerin die Pille, was auch für die Partnerin und auch für die Beziehung ziemlich gut und förderlich sein kann. Ich nenne das Emanzipation 2.0, wenn der Mann sich um die Familienplanung kümmert. Das Wichtige und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, man kann eine Basiktomie, also wenn man den Samenleiter durchtrennt, kann man wunderschön und mit sehr guten Ergebnissen zurückoperieren. Das heißt, auch wenn Sie sich mit 35 vielleicht dazu entscheiden sollten, der Kinderwunsch ist abgeschlossen, Sie haben ein oder zwei Kinder oder vielleicht haben Sie auch kein Kind, kann man die Operation durchführen lassen mit dem Blick darauf, dass wenn sich irgendwann was tun sollte in der Lebensplanung, dass man das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer guten Wahrscheinlichkeit, dass es wieder durchgängig ist, dass man das zurückoperiert. Also Basiktomie, wenn Sie es grundsätzlich sollte das natürlich eine Entscheidung sein, die Sie auch fällen können, weil Sie sich davon überzeugt sind, aber es ist nicht in Marmor gemeißelt und man kann die Operation rückgängig machen. Ich hoffe, ich hatte Ihnen so ein paar Sachen gesagt, die wir uns hier in den letzten 15 Jahren durch den Kopf gehen. Das war quasi so eine kleine Zusammenfassung von dem, was eine entspannte und eine gute Sexualität ausmacht. Beim Andrologen sind Sie bei dem Thema gut aufgehoben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele Grüße aus Köln.